So, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, und zwar ist es soweit, denn Capital Brazen Album sollte ja erst in ein paar Wochen kommen, aber er wird es jetzt diesen Freitag releasen, weil das Album schon geliebt wurde, und zwar ist es so, dass das Album jetzt schon veröffentlicht wurde von irgendjemand, für mich ist es sowieso nicht erklärlich, wie sowas passieren kann, ich meine, entweder hat das Album irgendein Amazon oder Mediamarkt-Mitarbeiter oder Saturn-Mitarbeiter das Album geklaut und ja, das Ganze dann ins Internet reingestellt, ich weiß auch nicht, wie sowas passieren kann, auf jeden Fall hat Capital Bra ja hier ein Trailer zu einem Song hochgeladen auf seiner Instagram-Seite, und wir hören uns das Ganze mal kurz an. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass ich das geleakte Album runtergeladen habe, ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Version ist, weil dieses Lied finde ich auf dem Album nicht. Ähm, ja, für alle, die nicht gespoilert werden möchten, müsst ihr jetzt auf jeden Fall ein anderes Video von mir anschauen, denn wir hören jetzt zusammen mal in das Album rein. Ich hab das Album hier. Und ja, wir hören uns jetzt nicht die Songs an, die schon released sind, wie zum Beispiel Prinzessar, Wir Ticken, Benzema, Jemma Pell. Ja, ich denke, das waren alles die Songs, die ihr schon rausgebracht habt. Ein geiler Song, den ich jetzt als erstes Mal abspielen werde, ist auf jeden Fall Rolex. Der wurde am Ende des letzten Tracks kurz eingespielt. Ähm, wir hören uns das Ganze mal an. Musik Auf jeden Fall ist der hier Feedcase. Das ist die Rebel, der ist auf jeden Fall geil. Ähm, hier war auch noch ein Track mit, mit Nimo. Bye Bye ist auf jeden Fall der Song mit Nimo. Kann man sich auf jeden Fall auch geben. Wir hören mal hier in den Pandora Song rein. Musik 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 Den feiere ich jetzt persönlich nicht so. So sollte es sein. Musik 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 ja ich hoffe du fühlst dich jetzt frei ja ich hoffe du fühlst dich jetzt frei mein Bett ist leer, du bist wieder weg du suchst wieder stark, dafür hast du ein Verletz ja du hältst dich wieder allein was geht da ja da 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 ich kann verzichten, vergeben und verzei der geht auf jeden Fall auf da dann was haben wir hier noch steh auf, schon ok werden wir mal hier rein was geht ab meine Damen und Herren wunderschönen guten Abend mein Name ist Kapita Bra ich bin 23 Jahre, ich komme aus Berlin und ich mache auch über den Meisterfucker krasse Musik Bra und dann alle Brass die gerade am Weiz sitzen im Deck und denken die sind krass steht auf Bra, geht Abra weil wenn ich komme müsste ich sowieso aufstehen du weißt mich scheiße, ich bin ja ich hoffe du bist du bist mein Bra halt dich gib mir deinem Abstand oder gieß mir etwas Schatz in mein Gang der Liga verhört den Beat und sie sagt was ich da und ich hoffe du bist du bist mein Bra halt dich gib mir deinem Abstand oder gieß mir etwas Schatz in mein oder gieß mir das oder gieß mir einfach als du denkst ja die Sonne geht auf und wir tanzen bleh leh 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 baby ich bleib erst allein ich komm schon fertig okay den Song fai ich jetzt persönlich nicht mit dem der ist jetzt auch nicht so mexikan mafia ein richtiges joker-brad-lied scheiße keiner ist vorfällig Ja, das ist so schön. Ich weiß, dass du mich liebst, ich habe cash und ich weiß, dass du mich liebst. Wir haben jetzt schon fast alle Tricks gehört. und der Song war auf jeden Fall nicht dabei. Also wir haben hier noch ein zweites Joker Bra ähnliches Lied. Bye Bye. Das war das mit Nemo. Wenn sie mal erkennt ihr schon Blech noch. Okay. Und der letzte Song. Ein paar Beats ähneln sich auf jeden Fall schon sehr stark. Das hört man schon auf jeden Fall raus. Ein paar hören sich definitiv relativ gleich an. Die Musik ok ja auf jeden fall war das das geliegt der album wir haben jetzt überall ein bisschen sein gehört ja am freitag werde ich auf jeden fall sehen wie das ganze dann endgültig rauskommt und ob der eine song auch noch drauf ist wie gesagt hier war der jetzt nicht dabei ich habe natürlich alle nicht komplett angehört nur so durch geskippt aber naja schreibt auf jeden fall mal in die kommentare wie ihr das album findet dann würde ich mal sagen viel spaß auf jeden fall am freitag wenn euch das video gefallen hat das gerne ein like da folgt mir auf instagram und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video mein bett ist leer du bist wieder weg du suchst wieder streit dafür hast du ein talent